Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Ja, heute geht es mal um das Thema Marketingstrategie und ich hoffe, du kannst das jetzt hier alles ganz gut lesen. Ich habe das nämlich einfach von unserem Whiteboard hier quasi abfotografiert, weil wir hatten es heute Morgen über gerade dieses Thema. Und das möchte ich dir jetzt einfach heute mal mit auf den Weg geben. Es soll einfach darum gehen, in möglichst komprimierter Form dir einfach zu zeigen, wie wichtig es ist, eine Marketingstrategie zu haben, welche Vorteile du dadurch hast und wie du eine Marketingstrategie entwickeln kannst. Der Erfolg in deinem Business, der hat immer sehr, sehr viel mit Strategie zu tun. Und in diesem Kontext hier, also Strategie, zur Marketingstrategie wollen wir die Strategie einfach so als das große Ganze sehen, als alle Marketingstrategien quasi so zusammengefasst und die Taktik ist dann quasi halt nur so ein einzelner kleiner Marketingkanal, wie zum Beispiel Facebook-Werbung oder eine Google AdWords-Kampagne zum Beispiel. Warum solltest du jetzt eine Strategie für dich und dein Business entwickeln? Zum einen hast du dadurch den Vorteil, dass du nicht mehr immer mit jedem sprechen musst und erst herausfinden musst, ob die Person ja grundsätzlich für dich als Kunde in Frage kommt, sondern dass du einfach ja von vorne herein ja eine herausfilterst, wer denn quasi ja als Interessent oder als Kunde für dein Unternehmen in Frage kommt. Ja, du ziehst quasi passende Kunden in dein Unternehmen an, ja und hast ja dementsprechend ja die notwendige Zeit, ja dich auf den Vertrauensaufbau mit diesen Kunden eben dann auch zu konzentrieren, ja. Du erinnerst weniger Neins und hast dadurch halt eben weniger, ja, ja Frust, der sich dadurch auch entwickeln kann. Wie schon eben bereits erwähnt, wichtig ist, dass du eine Vertrauensbasis dann mit dem Interessenten aufbaust. Diese Komponente solltest du auf jeden Fall in deiner Strategie mit berücksichtigen, weil zuerst, ja, muss das Vertrauen stimmen, zuerst muss die Beziehungsebene stimmen und dann können dementsprechend auch früher oder später dann die Geschäfte erfolgen. Eine Strategie solltest du, da solltest du immer kontinuierlich dran arbeiten, diese verbessern, diese weiterentwickeln, ja, weil das ist nichts, was man heute einfach mal, ja, ins Leben ruft und dann daran nichts mehr ändert, sondern du musst deine Strategie weiterentwickeln, um immer bessere Ergebnisse dementsprechend zu erzielen. Und durch die richtige Strategie, ja, erhöhst du dementsprechend auch deine Reichweite, weil wenn dich keiner kennen, kannst du nichts verkaufen und deswegen musst du dafür sorgen, dass du dein Business, dein Unternehmen bekannt machst, dass Menschen auch wissen, ja, wer du bist und was du tust. Okay, schauen wir uns im Folgenden einfach mal an, welche Schritte du gehen kannst, um relativ einfach eine Marketingstrategie zu entwickeln für dich. Im Schritt Nummer 1 solltest du erstmal schauen, okay, was könntest du denn eigentlich alles so tun, um neue Kunden zu gewinnen. Einfach mal sammeln, ob das zum Beispiel Flyern ist, Telefonakquise ist, ob das eine Telefonaktion ist, YouTube-Marketing, Facebook-Marketing, Google AdWords, PPC im Allgemeinen, Social Media, Blog-Marketing, E-Mail-Marketing, ja, völlig egal, einfach mal sammeln, was du alles tun könntest oder tun wollen würdest, um, ja, neue Kunden für dein Business zu gewinnen. Im zweiten Schritt kannst du dann einfach dir mal die Frage stellen, was davon kannst du selbst tun, weil alle diese einzelnen Marketingkanäle haben alle, ja, besondere Anforderungen bzw. man braucht, ja, Fertigkeiten, Kenntnisse in jedem einzelnen Marketingkanal. Und da musst du einfach für dich, ja, herausfinden, welche davon du, welche Kanäle du da eben dementsprechend halt selbst ausführen oder ausüben kannst, ja. Im dritten Schritt musst du dann eben auch die Gegenfrage stellen, okay, was von den Marketingkanälen müsste denn eigentlich jemand anders übernehmen, weil du vielleicht keine Zeit dazu hast, dich in die einzelnen, ja, Aktivitäten, ja, einzulernen, ja, oder weil du vielleicht kein Budget hast, ja, wo du einfach mal schaust, okay, welche kommen denn überhaupt für dich und dein Business in Frage. Dann kommt der vierte Schritt, einfach, wir sind immer noch in der Bestandsaufnahme, einfach mal schauen, welche Ressourcen hast du, ja, wie kannst du vielleicht trotzdem einzelne Marketingaktivitäten, ja, durchführen, ohne dass du vielleicht jetzt selbst die Zeit aufwenden musst, du hast vielleicht Mitarbeiter, die das übernehmen können, du hast vielleicht ein Netzwerk, ja, wo jemand, wo du jemanden kennst, der die ein oder andere Aufgabe eben für dich gegen ein Entgelt zum Beispiel übernehmen kann, ja. Also einfach mal bündeln, welche Ressourcen hast du, um dann im fünften Schritt einfach mal zu schauen, okay, wo findest du denn deine Zielgruppe eigentlich, und hier ist, wenn wir das einfach mal so in die Offline-Welt übertragen, wo sind die Menschen deiner Zielgruppe in großer Form, ja, am Start, ja. Wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal die Offline-Welt, ja, wo wir einfach sagen, okay, da ist eine Netzwerkveranstaltung, da sind viele, viele potenzielle Kunden für das Business, ja, dann solltest du einfach schauen, okay, wo sind diese Netzwerktreffen und dort eben präsent sein, um eben mit, ja, deiner Zielgruppe direkt zu kommunizieren und nicht quasi jeden Einzelnen erst rausfinden zu müssen, sondern du hast hier dann quasi, ja, sehr, sehr viele Interessenten, potenzielle Kunden auf einem Fleck und so ist es in der Online-Welt genauso, also wo sind, wo sind die, die, die Teilnehmer, ja, oder deine potenziellen Kunden unterwegs und dann, wenn du das alles zusammengetragen hast, dann kannst du im sechsten Schritt, ja, einen Aktionsplan erstellen, ja, indem du einfach, ja, so die gewünschten Aktivitäten notierst und diese dann priorisierst, also was ist Schritt 1, was ist Schritt 2, was ist Schritt 3 und dementsprechend einfach notierst, wann, wer, was, wie genau macht, ja, und dann geht es einfach nur darum, das Ganze einfach in die Realität umzusetzen. Okay, das soll es jetzt halt von mir hier auch gewesen sein, wie gesagt, ich wollte es einfach nur kurz und knapp dir einfach so ein bisschen mit auf den Weg geben, ich hoffe, der, diese Vorgehensweise, die, das Thema Strategie, das war jetzt für dich hilfreich, sollten noch Fragen offen sein, schreibt mir einen Kommentar, damit wir hier auch keine, ja, Fragen dementsprechend offen lassen und, ja, ansonsten, wenn das Video für dich hilfreich war, wenn dieser Tipp hier für dich hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst, mir ein Like gibst, das Ganze eben, wie gesagt, teilst oder, ja, einen Daumen hoch, wie auch immer, dass du einfach hier so ein bisschen die Arbeiten, ja, unterstützt. Ansonsten, ja, wie gesagt, wenn noch Fragen offen sind, nutzt mir einfach, nutzt einfach die Kommentarfunktion, schreibt mir einen Kommentar, so, und das soll es jetzt von mir hier erstmal, ja, gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.